Herzlich willkommen zur ersten Online-Veranstaltung der Sozialistischen Gleichheitspartei zu den Europawahlen 2024. Wir sprechen heute über eine sozialistische Perspektive im Kampf gegen den Genozid in Gaza und gegen die Polizeiübergriffe hier in Deutschland. Den Vortrag wollen wir mit euch diskutieren. Kommt dazu zu unserer Online-Diskussion am kommenden Donnerstag, den 16. Mai um 18.30 Uhr. Den Link zum Treffen findet ihr in der Videobeschreibung und unter gleichheit.de. Mindestens 35.000 Tote, mehr als 400 zerstörte und beschädigte Schulen, 23 zerstörte Krankenhäuser und mehr als 14.000 getötete Kinder. Das ist nach sieben Monaten die Bilanz des Völkermords der israelischen Armee im Gazastreifen. Fast zwei Millionen Menschen wurden innerhalb eines Gebietes vertrieben, das nur halb so groß ist wie Berlin. Internationale Beobachter schätzen, dass der nördliche Teil des Gazastreifens in noch größerem Ausmaß zerstört wurde als Dresden während des Zweiten Weltkriegs. In Gazastadt wurden drei Viertel aller Gebäude zerstört oder beschädigt. In der von Israel belagerten Stadt Rafach, nahe der von Ägypten abgeriegelten Grenze, leben jetzt mehr als 1,2 Millionen Vertriebene ohne Versorgung mit Medizin und Nahrungsmitteln. Die israelische Seite hat Verhandlungen mit der Hamas-Führung de facto abgebrochen und bereitet einen Großangriff auf die Stadt vor, der weitere zehn oder hunderttausende Menschen das Leben kosten könnte. Am Dienstag nahm das israelische Militär den Grenzübergang ein und schnitt damit die wichtigste verbliebene Lebensader für die hungernde Bevölkerung des Gazastreifens ab. Die deutsche Regierung und ihre westlichen Verbündeten haben schon jetzt das Blut der palästinensischen Kinder an ihren Händen. Als zweitgrößter Waffenlieferant Israels war die Bundesrepublik zwischen 2019 und 2023 für 30 Prozent aller israelischen Rüstungsimporte verantwortlich. Im letzten Jahr verzehnfachte die Bundesregierung ihre Waffenlieferungen an Israel, wobei ein Großteil der Waffen im Oktober und November flossen, im Gleichschritt mit dem Beginn des israelischen Vernichtungsfeldzugs in Gaza. Die deutsche Regierung muss sich wegen dieser Rolle derzeit vor dem internationalen Gerichtshof wegen Beihilfe zum Völkermord verantworten. Obwohl die von Nicaragua zusammengetragene Beweislage überwältigend ist, hat sich der IGH geweigert, Maßnahmen zu verhängen, um deutsche Waffenlieferungen zu unterbinden. Er begründet das zynischerweise unter anderem damit, dass noch gar nicht juristisch geklärt sei, ob Israel einen Völkermord begeht, obwohl in der von Südafrika vorgebrachte Klage gegen Israel genau das zweifelsfrei nachgewiesen wird. Die Zerstörung des Gazastreifens und der Genozid an seinen Bewohnern ist der Höhepunkt der Unterdrückung der Palästinenser seit mehr als 75 Jahren. Im Zuge der Nakba, der Katastrophe von 1948, wurden schätzungsweise rund 750.000 Bewohner Palästinas durch israelisches Militär und zionistische Siedler vertrieben. Seitdem leben palästinensische Arbeiterinnen und Arbeiter in Israel als Bürger zweiter Klasse und unter einem permanenten Belagerungszustand. Der von Israel militärisch abgeriegelte Gazastreifen gilt unter Menschenrechtsorganisationen seit Jahren als größtes Freiluftgefängnis der Welt. Mittlerweile kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die herrschende Klasse Israels die Ereignisse des 7. Oktober 2023 als willkommenen Vorwand nutzte, um ihre lang gehegte Agenda zur faktischen Annexion und ethnischen Säuberung des Gazastreifens in die Tat umzusetzen. Wie die New York Times im Dezember berichtete, war die israelische Seite aufgrund von Geheimdienstquellen seit mehr als einem Jahr über die Existenz der Aufstandspläne der palästinensischen Organisationen informiert. Bei den Angriffen auf Kibbutze und das Nova Musikfestival trug das israelische Militär durch massiven Beschuss aus Kampfhubschraubern und Panzern selbst dazu bei, dass unzählige Zivilisten getötet wurden. Unter dem Vorwand, in Gaza festgehaltene Geiseln befreien zu wollen, bombardieren die israelischen Streitkräfte seitdem unterschiedslos zehntausende Männer, Frauen und Kinder. Dabei werden sie von faschistischen Ministern aufgehetzt und von der gesamten bürgerlichen Opposition unterstützt. Diese Grauen bringen auf der ganzen Welt Millionen Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren seit Monaten gegen diese Kriegsverbrechen, die von sämtlichen NATO-Mächten unterstützt werden. Von den USA über das Vereinigte Königreich bis hin zur Türkei und dem Jemen fanden Proteste mit jeweils Millionen von Teilnehmern statt. In den letzten Monaten haben in den USA und Europa zehntausende Studierende Universitätsgelände besetzt, um einen Abzug der israelischen Truppen, einen Stopp der westlichen Waffenlieferungen und eine kritische Auseinandersetzung mit den israelischen Verbrechen an den Universitäten zu fordern. Allein in den Vereinigten Staaten fanden Proteste an 140 Universitäten statt. In Europa wurden in den letzten Tagen Protestcamps an Universitäten in Berlin, Paris, Cambridge und Oxford, Helsinki, Amsterdam, Kopenhagen, Leipzig, Wien, Bologna, Valencia und Zürich eingerichtet. Die Sozialistische Gleichheitspartei ruft alle Arbeiterinnen und Arbeiter auf, aktiv zu werden, um die Studierenden zu verteidigen. Nehmt mit uns Kontakt auf und gründet Aktionskomitees, um unabhängig von der Gewerkschaftsbürokratie dafür zu kämpfen, dass die Waffenlieferungen blockiert und den Kriegstreibern das Handwerk gelegt wird. Im Kampf gegen die Kriegspolitik sind Arbeiter und Jugendliche in jedem Land mit einer regelrechten kapitalistischen Einheitspartei konfrontiert, die für Appelle völlig unempfänglich ist und den Forderungen der Demonstranten feindlich gegenübersteht. Anstatt von ihrer Unterstützung des Genozids in Gaza Abstand zu nehmen, reagieren die herrschenden Eliten in Amerika wie in Europa auf die internationale Bewegung gegen Krieg, mit der Mobilisierung des Polizeistaats und mit atemberaubender medialer Hetze. In den USA hat die demokratische Biden-Regierung gemeinsam mit den Republikanern Polizeitruppen an die Universitäten entsandt, die Tränengas- und Schusswaffen gegen Studierende einsetzen, um die Proteste niederzuschlagen. In Deutschland haben am 12. Oktober sämtliche Bundestagsabgeordnete einen Beschluss verabschiedet, der sich uneingeschränkt mit dem israelischen Feldzug solidarisch erklärt. Der Antrag schwört der israelischen Regierung, Zitat, jedwede Unterstützung zu gewähren und wurde von AfD bis Linkspartei von allen Abgeordneten angenommen, auch von denjenigen, die jetzt Mitglieder von Sarah Wagenknechts Partei BSW sind. Seitdem jagt in Deutschland eine diktatorische Kampagne die nächste. Der Berliner Kultursenat entschied noch im November, das renommierte Kulturzentrum Uyun aufgrund von Veranstaltungen der Sozialistischen Gleichheitspartei und der jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahost zu schließen und führte im Kulturbetrieb im Januar eine Zensurklausel ein, die Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichsetzt. Auf die Zensurkampagne gegen Aussteller der Kasseler Documenta folgte die fristlose Entlassung des Anthropologen Gassan Hage vom Max-Planck-Institut in Halle, der gegen den Massenmord in Gaza protestiert hatte. Unterdessen werden Demonstrationen gegen den Genozid verboten oder mit antidemokratischen Auflagen versehen, kritische Schüler und Studierende eingeschüchtert und bedroht. In Friedrichshain-Kreuzberg wurden sogar zwei Jugendfreizeiteinrichtungen für Mädchen geschlossen, allein mit der Begründung, dass eine Mitarbeiterin auf einer pro-palästinensischen Demonstration gesichtet worden sei. Einen weiteren Höhepunkt erreichte die Repression mit der polizeilichen Auflösung des Palästina-Kongresses. Während sich die Beamten und kriminellen Methoden Zugang zum Gebäude verschafften, verhängte die Landesregierung Einreise- und Betätigungsverbote gegen bekannte Referenten wie den ehemaligen griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis und den Mediziner Ghassan Abusita. Ein friedliches Protestcamp vor dem Bundestag wurde wenige Tage später ebenfalls mit Polizeigewalt beseitigt. Zuletzt wurden an den führenden Hochschulen der Hauptstadt, der Freien Universität und der Humboldt-Universität, friedliche Sit-ins und Protestcamps auf Initiative der Universitätsleitungen selbst von der Polizei mit brutaler Gewalt aufgelöst. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland haben hunderte Lehrbeauftragte in den letzten Tagen offene Briefe unterzeichnet, die sich gegen die Polizeirepression an den Universitäten aussprechen. Die gesamte Arbeiterklasse muss mobilisiert werden, um diese Angriffe zu stoppen. Es sind die Arbeiter, die für die Kriegspolitik mit Reallohnsenkungen und Sozialkürzungen und letztlich mit ihrem Leben zahlen sollen. Und zugleich sind sie es, die den ganzen Reichtum der Gesellschaft schaffen und damit die Macht besitzen, den Völkermord in Gaza und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs zu stoppen. Wir treten zu den Europawahlen an, um diese soziale Kraft auf der ganzen Welt zu mobilisieren. Betrachtet man die enorme Opposition, die diktatorische Reaktion der Regierungen und die Einheitlichkeit sämtlicher kapitalistischer Parteien, die Gregor ja gerade beschrieben hat, wird deutlich, dass es hier um einen grundlegenden Konflikt geht. Es ist ein Konflikt zwischen den wahnsinnigen Kriegsplänen der herrschenden Klasse, die in Gaza ihren schrecklichsten Ausdruck finden, und der tief verankerten Ablehnung des Kriegs durch die große Mehrheit der Arbeiter. Doch viele Arbeiter sind sich dieses Konflikts noch nicht hinreichend bewusst. Und selbst unter denen, die gegen den Völkermord auf die Straße gehen, herrschen oftmals Vorstellungen vor, die den Völkermord in Gaza isoliert von der globalen Kriegsentwicklung betrachten oder die Forderungen an die imperialistischen Mächte richten, ihre Unterstützung für Israel doch bitte zu überdenken. Da könnte man auch von einem Löwen fordern, weniger Fleisch zu fressen. Denn die imperialistischen Mächte tragen die Hauptverantwortung für den Völkermord in Gaza, der Teil eines sich verschärfenden globalen Konflikts um die Neuaufteilung der Welt ist. Wie die internationale Redaktion der World Socialist Website in der diesjährigen Neujahrsperspektive erklärte, Der Völkermord in Gaza ist keine vereinzelte Episode, die vor allem das Ergebnis außergewöhnlicher Umstände im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt sowie dem reaktionären Charakter des zionistischen Projekts und dessen rassistischer und nationalistisch-fremdenfeindlicher Ideologie zu verstehen ist. Letzteres spielt beim Vorgehen des israelischen Regimes natürlich eine wichtige Rolle. Doch die hängungslose Grausamkeit des gegenwärtigen Kriegs, der mit voller Unterstützung der imperialistischen Zahlmeister und Waffenlieferanten Israels geführt wird, kann nur im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des imperialistischen und den rivalisierenden Nationalstaaten gespaltenen Weltsystems verstanden und erklärt werden. Das zionistische Projekt eines jüdischen Staates auf dem Gebiet Palästinas war von Anfang an aufs engste mit der imperialistischen Agenda erst Großbritanniens und dann der Vereinigten Staaten verschränkt. Die Vierte Internationale erklärte schon 1947, also noch vor der Staatsgründung und dem Palästinerkrieg, dass der Zionismus ein utopisches und reaktionäres Projekt sei, weil es sich, Zitat, auf die Manöver der Großmächte stützt, die in Wirklichkeit alle die zionistische Bewegung nur als Spielball in ihrem Spiel um die Macht in der arabischen Welt benutzen wollen. Zitat Ende. Das hat sich in den folgenden Jahren bestätigt. Israel diente den imperialistischen Mächten immer wieder als militärischer Brückenkopf in der Region. Die ethnischen und religiösen Spannungen wurden zu diesem Zweck bewusst geschürt. Dabei waren die unterdrückten Palästinenser auch für er der arabischen Regimes nichts anderes als ein Spielball in ihren Manövern mit den imperialistischen Mächten. Nach der Auflösung der Sowjetunion durch die stalinistische Bürokratie nahmen die Versuche, den Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien den imperialistischen Interessen zu unterwerfen, immer brutale Reformen. Von Seiten der USA waren sie der Versuch, ihre Vormachtstellung trotz ihres allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs aufrechtzuerhalten. Die Rückschläge und Niederlagen, die sie dabei erlitten, steigerten nur ihre Aggressivität. Gleich 1991 begann die USA, drei Jahrzehnte des unablässigten Krieges mit dem Überfall auf den Irak. Innerhalb von nur zwei Monaten warfen die USA und ihre Verbündeten 90.000 Tonnen Bomben auf einem wesentlichen wehrloses Land ab. Das ist das Vierfache der Gesamptonage der von den alliierten Mächten während des gesamten Zweiten Weltkriegs auf allen Kriegsschauplätzen abgeworfenen Bomben. Das Land wurde buchstäblich in Schutt und Asche gelegt. Deutschland beteiligte sich an diesem Soziozid mit 16,9 Milliarden D-Mark und trug damit fast ein Fünftel der Gesamtkosten. Im Jahr 2001 starteten die USA, Deutschland und die anderen NATO-Mächte ihren 20 Jahre währenden Krieg gegen Afghanistan, das strategisch zwischen dem Nahen Osten und Zentralasien liegt. Im Jahr 2003 wurde dann erneut der Irak angegriffen. Diesmal auch mit einer umfassenden Bodenoffensive, der über eine Million Menschen zum Opfer fiel. In seinem Buch 30 Jahre Krieg erklärt David North die Hintergründe dieses Blutbarts. Der Angriffskrieg gegen den Irak ist der letzte auf die Spitze getriebene Versuch, den welthistorischen Widerspruch zwischen dem globalen Charakter der Produktivkräfte und dem archaischen Nationalstaatensystem unter imperialistischen Vorzeichen zu lösen. Die von Amerika vertretene Lösung dieses Problems sieht vor, die eigene Nation über alle anderen zu stellen und die Entscheidungsgewalt über das Schicksal der ganzen Welt zu beanspruchen, insbesondere über die Verteilung der weltwirtschaftlichen Ressourcen, nachdem sich die USA den Löwenanteil gesichert haben. Doch diese imperialistische Lösung für die tiefen Widersprüche des Weltkapitalismus, die bereits 1914 völlig reaktionär war, ist mit der Zeit nicht besser geworden. Schon allein aufgrund des Ausmaßes der weltwirtschaftlichen Entwicklung im 20. Jahrhundert nimmt sich dieses imperialistische Projekt als reiner Wahnsinn aus. Jeglicher Versuch, einen einzelnen Nationalstaat die Vormachtstellung zu sichern, ist unvereinbar mit dem hohen Maß an internationaler wirtschaftlicher Verflechtung. Der zutiefst reaktionäre Charakter eines solchen Vorhabens drückt sich in den barbarischen Methoden aus, die zu seiner Verwirklichung erforderlich sind. 2011 folgte dann die Bombardierung Libyens, die das Land ins Chaos und Elend stürzte, das bis heute andauert. Zur gleichen Zeit entfachten die NATO-Mächte den Bürgerkrieg in Syrien, das schließlich in eine direkte Kriegsbeteiligung der NATO und Russlands mündete und bis zu einer halben Million Menschenleben kostete. Seit 2015 führt Saudi-Arabien mit Unterstützung der USA, Frankreichs und Großbritanniens einen extrem brutalen Krieg im Jemen, um iranischen Einfluss zurückzudrängen. Die meisten dieser blutigen Kriege verliefen für die USA und ihre Verbündeten wenig erfolgreich. Aber da die Triebkräfte der tiefen Krise des Kapitalismus und des Nationalstaatensystems wachsen, treiben sie diese Niederlagen nur zu immer größeren Kriegen. Wie David North im Vorwort zum bereits zitierten Buch schrieb, die Kriege, die im letzten Vierteljahrhundert von den USA angezettelt wurden, müssen als Kette zusammenhängender Ereignisse aufgefasst werden. Die strategische Logik des Weltstrebens der USA geht über neokoloniale Organisationen im Nahen Osten und Afrika hinaus. Die laufenden regionalen Kriege sind zusammengehörige Elemente einer rasch eskalierenden Konfrontation der USA mit Russland und China. Und diese Entwicklung ist jetzt schon weit fortgeschritten. In der Ukraine führt die NATO einen Stellvertreterkrieg gegen Russland, dem schon hunderttausende junger Menschen zum Opfer gefallen sind. Zuletzt wurde bekannt, wie weit die Pläne einer direkten NATO-Intervention mit Bodentruppen bereits fortgeschritten sind und wie kaltblütig die Führer der NATO eine atomare Konfrontation in Kauf nehmen. Aber darüber werden wir in der nächsten Woche ausführlicher sprechen. Der Krieg gegen Russland ist die Vorstufe zu einem Krieg gegen China, der noch ganz andere Dimension annehmen würde. Auch hier sind die Kriegsvorbereitungen schon weit fortgeschritten. Der Völkermord an den Palästinensern steht in direktem Zusammenhang zu diesen Kriegsvorbereitungen. Biden und Scholz sehen in der Unterdrückung jedes Widerstands der Palästinenser eine Grundvoraussetzung dafür, eine weitere Front in diesem globalen Konflikt zu eröffnen. Gegen den Libanon, Syrien und vor allem gegen den Iran. Nachdem sie bisher wenig erfolgreich waren, die Regionen mit brutalen Kriegen zu unterwerfen, wollen sie jetzt die ganze Region in Brand setzen. Die Bilder aus Gaza zeigen, zu welcher Grausamkeit sie dabei bereit sind. Dass die NATO-Mächte zu den Methoden des Völkermords zurückkehren, zeigt den Bankrott des gesamten kapitalistischen Systems. Wenn der Kapitalismus nicht gestürzt wird und durch eine sozialistische Gesellschaft ersetzt wird, drohen Verhältnisse wie in Gaza auf der ganzen Welt. Der deutsche Imperialismus spielt in den globalen Kriegen eine immer aggressivere Rolle. Hatte sich Deutschland nach der Wiedervereinigung zunächst darauf orientiert, im Windschatten der USA Geschäfte auf der ganzen Welt zu machen, kam es schnell zu dem Schluss, dass es seine Wirtschaftsinteressen nur mit einer eigenen Kriegspolitik durchsetzen kann. Im Jahr 2014 verkündeten schließlich verschiedene Regierungsvertreter das Ende der militärischen Zurückhaltung Deutschlands. Mittlerweile ist Deutschland sowohl für den Krieg in der Ukraine als auch für den Völkermord in Gaza nach den USA der zweitgrößte Geldgeber. Der Wehretat wurde verdoppelt und selbst die nukleare Bewaffnung wird längst diskutiert. Verteidigungsminister Pistorius hat bereits erklärt, Deutschland innerhalb von fünf bis acht Jahren in die Lage zu versetzen, einen umfassenden Krieg gegen Russland führen zu können. Zum dritten Mal in der Geschichte. Auch im Nahen Osten verfolgt Deutschland mit der Entsendung seiner Kriegsschiffe und der Unterstützung des Völkermords räuberische Interessen. Um die Versorgung mit Rohstoffen zu arbeiten, arbeitet Habeck mit den brutalsten Diktatoren der Regionen wie dem Schlechter von Kairo, el-Sisi und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und rüstet sie für einen Krieg gegen den Iran. Es ist der Gipfel des Zynismus, wenn die deutschen Eliten als ideologisches Schmieröl für diese neue Kriegsmaschinerie ausgerechnet den Kampf gegen Antisemitismus und die Verbrechen des deutschen Imperialismus, den Holocaust, ins Feld führen. Horwels Neusprech ist nichts dagegen. Aber nicht die Millionen Arbeiter und Jugendlichen, die sich mit den unterdrückten Palästinensern solidarisieren, sondern die herrschende Klasse knüpft wieder an die brauen Traditionen der Nazis an, wenn sie deutsche Panzer gegen Russland rollen lässt, Völkermord zur Staatsräson erklärt und die Bundeswehr hochrüstet wie seit Hitler nicht mehr. Das zeigt sich in der Ukraine, wo die deutsche Regierung nicht nur an die Kriegsziele der Nazis anknüpft, sondern auch mit handfesten Antisemiten und Nazi-Verehrern wie dem Assov-Regiment zusammenarbeitet, um Russland zu besiegen. Und auch hier in Deutschland arbeiten SPD, Grüne und Linkspartei mit der AfD zusammen, um linke Kultureinrichtungen zu schließen, kritische Studierende zu exmatrikulieren und Sozialisten zu verfolgen. Die Partei, die den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet, steht an der Spitze der Antisemitismus-Kampagne, die sich nicht gegen Antisemiten, sondern gegen Kriegsgegner und Migranten richtet. Diesen Kampf gegen Antisemitismus hätte sich zweifelsfrei auch der Führer selbst angeschlossen. Die ganze Kampagne nimmt völlig absurde Formen an. Am 24. April verglich die Chefredakteurin der Welt, Jennifer Wilton, die Proteste gegen den Völkermord an US-Universitäten mit dem Vorgehen der Nazis gegen Juden in den 30er Jahren. Das ist nicht nur eine widerliche Verleumdung der Proteste, an denen tausende jüdische Studierende beteiligt sind. Es ist eine unerträgliche Verharmlosung der Nazi-Verbrechen. Die Nazis haben nicht friedlich gegen einen Völkermord demonstriert. Sie haben einen Völkermord ins Werk gesetzt und sechs Millionen Juden industriell vernichtet. Aber diese Verquickung der Rechtfertigung des Genozids in Gaza mit dem Reinwaschen des deutschen Imperialismus von seinen historischen Verbrechen ist ein Kernpunkt der Antisemitismus-Kampagne. Die deutsche Regierung geht nicht nur ein Bündnis mit Israel ein, um seine Interessen im Nahen Osten durchzusetzen. Sie geht auch eine ideologische Liaison mit dem Zionismus ein, um die eigenen Verbrechen zu verharmlosen. David North hat in seinem Buch »Die Logik des Zionismus«, das jetzt gerade im Mehring Verlag erschienen ist, den reaktionären Charakter dieser Ideologie scharf auf den Punkt gebracht. Er schreibt, »Die politische Theologie des heutigen Zionismus ist die extrem kontrarevolutionäre Antithese und Zurückweisung der fortschrittlichen demokratischen und sozialistischen Tradition, die sich aus dem an Spinoza und später am Marxismus angelehnten Denken von Generationen jüdischer Arbeiter und Intellektueller herleitet.« Durch die Neuinterpretation des religiösen Mythos im Geiste eines extremen Nationalchauvinismus verleiht die zeitgenössische zionistische Theologie der Vorstellung des auserwählten Volkes einen durch und durch rassistischen und faschistischen Charakter. Der Antisemitismus wird in der zionistischen Ideologie nicht als ein konkretes historisches Phänomen untersucht, sondern als überhistorische Konstante betrachtet, der sich Jüdinnen und Juden nur durch die Schaffung eines eigenen Staates widersetzen könnten. Doch der moderne Antisemitismus der Nazis hatte eine andere gesellschaftliche Funktion als etwa der mittelalterliche Antisemitismus. Und zwar insbesondere den Kampf gegen den Sozialismus. Wie der Sozialdemokrat und Hitler-Biograph Konrad Heiden schrieb, stieß Hitler die Arbeiterbewegung nicht ab, weil sie von Juden geführt wurde, sondern die Juden stießen ihn ab, weil sie die Arbeiterbewegung führten. Zitat, nicht Rotschild der Kapitalist, sondern Karl Marx der Sozialist, entfachte Adolf Hitlers Antisemitismus. Zitat Ende. Auch der Holocaust selbst ist aufs engste mit dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion verknüpft. Mindestens eine Million der sechs Millionen durch die Nazis vernichteten Juden waren Sowjetbürger. Insgesamt stammten über drei Viertel aller Opfer des Holocaust aus Ländern, die Deutschland im Ostfeldzug eingenommen hatte, darunter allein drei Millionen polnische Juden. Es war die Gier des deutschen Imperialismus nach den Bodenschätzen und Absatzmärkten des Ostens und der aggressive Antikommunismus der herrschenden Klasse, der den monströsen Verbrechen der Nazis zugrunde lag. In dem Maße, wie der deutsche Militarismus zurückkommt, Deutschland wieder für den Krieg gegen Russland rüstet, wird die Erinnerung an diese Verbrechen zunehmend untergraben. Der Holocaust wird aus seinem historischen Zusammenhang gerissen, in ein Abstraktum verwandelt und dann dazu genutzt, einen Völkermord zu rechtfertigen und gegen Migranten zu hetzen. Parallel dazu wird das Gedenken an die 27 Millionen im Vernichtungskrieg getöteten Sowjetbürger systematisch ausgeblendet. Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag, dem Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, war es erneut verboten, die Fahne der Sowjetunion oder Abzeichen der Roten Armee zu tragen, während Fahnen der Nazi-Kollaborateure erlaubt sind. Diese üble Geschichtsklitterung richtet sich auch gegen jedes ernsthafte Gedenken an den Holocaust. Denn es geht um das Reinwaschen des deutschen Imperialismus. Als die Sozialistische Gleichheitspartei und die IYSSI den rechtsradikalen Professor Jörg Barbarowski dafür kritisierten, dass er Hitler als nicht grausam und den Holocaust als im Wesentlichen das Gleiche wie Erschießungen im russischen Bürgerkrieg bezeichnete, sprangen ihm Vertreter sämtlicher Parteien und aller großen Medien zur Seite. Die gleichen Leute, die jetzt friedliche Demonstrationen gegen Völkermord als antisemitisch bezeichnen, verteidigten die Verteidigung Hitlers und die Verharmlosung des Holocaust. Und so wie wir dieser Geschichtsfälschung entgegengetreten sind, so treten wir jetzt der verlogenen Antisemitismus-Kampagne entgegen. Dem Holocaust wird nicht gedacht, indem man einen Völkermord rechtfertigt, sondern indem man gegen jede Form des Genozids ankämpft. In unserer Wahlerklärung schreiben wir, die einzige legitime Schlussfolgerung, die aus dem Vernichtungskrieg und dem Holocaust den schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte gezogen werden kann, ist diese. Die Arbeiterklasse darf Krieg und Faschismus nie wieder zulassen, muss die Wurzel dieses Grauens den Kapitalismus ein für allemal beseitigen. Das Gleiche gilt für den Kampf gegen Antisemitismus und für die Befreiung der Palästinenser. Das Internationale Komitee der Vierten Internationale, von dem die SGP die deutsche Sektion ist, erklärte schon drei Tage nach dem 7. Oktober, die gegenwärtige Situation ist von einem großen historischen und politischen Widerspruch geprägt. Die israelische Arbeiterklasse kann ihre eigenen demokratischen Rechte nicht verteidigen, ohne für die demokratischen Rechte der palästinensischen Bevölkerung gegen die zionistische Unterdrückung zu kämpfen. Und die Palästinenser können ihren Kampf für demokratische Rechte und soziale Gleichheit ohne ein Bündnis mit der israelischen Arbeiterklasse nicht verwirklichen. Die einzige realistische Perspektive ist nicht der Mythos einer Zwei-Staaten-Lösung, sondern ein vereinigter sozialistischer Staat jüdischer und arabischer Arbeiter. Wie heldenhaft der Kampf der Palästinenser auch sein mag, die unerträglichen Bedingungen, mit denen sie konfrontiert sind, können ohne die Entwicklung einer internationalen Bewegung der Arbeiterklasse für den Sozialismus nicht gelöst werden. Das gilt ebenso für die jüdischen Arbeiter und für Jugendliche in Israel. Die Gefahr eines erneuten Anwachsens des Antisemitismus ist sehr real, aber sie geht nicht von den demokratischen Bestrebungen der Massen in Gaza und im besetzten Westjordanland aus, sondern von dem reaktionären, nationalen Choubinismus, der im Kapitalismus und Imperialismus geschürt wird. Der Kampf gegen den Völkermord ist ebenso wie der Kampf gegen wirklichen Antisemitismus ein Kampf gegen den Imperialismus und das kapitalistische System. An die Parteien und Regierungen zu appellieren, die die kapitalistischen Interessen vertreten und den Völkermord organisieren, ist deshalb illusorisch und reaktionär. Das gleiche gilt für die verschiedenen Befürworter einer multipolaren Welt, die ihre Hoffnung auf das eine oder andere Regime eines kleinen kapitalistischen Landes richten. Keines von ihm wird einen ernsthaften Kampf gegen den Imperialismus führen und keines den Weltkrieg verhindern. Die friedliche Verteilung und Aufteilung der globalen Ressourcen unter den kapitalistischen und imperialistischen Staaten ist unmöglich. Die Widersprüche zwischen der Weltwirtschaft und dem kapitalistischen Nationalstaatensystem führen zum Krieg. Die Kriege in der Ukraine und in Gaza zeigen gerade den Bankrott aller nationalen Programme. Die einzige Möglichkeit, den Völkermord zu stoppen und einen dritten Weltkrieg zu verhindern, ist die internationale Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus. Das heißt, der großen Mehrheit, die den ganzen gesellschaftlichen Reichtum schafft und die ganze Last der Krise und der Kriege trägt. Für diese Perspektive kämpft die sozialistische Gleichheitspartei bei den Europawahlen. Wir setzen all den nationalen Programmen den internationalen Klassenkampf entgegen. Aber damit Arbeiter unabhängig ins politische Geschehen eingreifen, den Kapitalismus stürzen und eine sozialistische Gesellschaft errichten können, brauchen sie ein Verständnis des Imperialismus, der kapitalistischen Krise und ihrer eigenen historischen Aufgaben. Der Graben zwischen der extrem zugespitzten, objektiven Situation und dem Bewusstsein der Arbeiter muss geschlossen werden. Eben das ist unser Ziel. Wir rufen euch deshalb auf. Beteiligt euch an der Diskussion über dieses Video und geht am Donnerstag um 18.30 Uhr auf gleichheit.de oder auf den Link in der Description. Registriert euch als aktiver Unterstützer, macht eine großzügige Spende für unseren Wahlkampf und werdet Mitglied der SGP. Vielen Dank. Vielen Dank.